hallo und herzlich willkommen über bühnungsfolge 3 mit dem profit nach schau mal da überhaupt keine verschwindung ich tue mir den mal markieren habe ich mich jetzt erschrocken ich war zwar darauf gefasst dass er kommt aber so schnell auch wenn ich so weit weg bin ich triff dich der war dann doch irgendwie schneller da als ich gedacht habe danke übrige tiere 3 was wo ist er da war ich will die nicht mit dem boden jagen das ist so schwer gleich mit der sniper töten toll 4 leoparden haben wir irgendwie spezial feiler oder so kann abweilen brandweiler auf die 7 jetzt setze ich mal den brandfeil geil eher normaler feil gut nicht runterrutschen was jetzt muss ich den ich will ihn nicht ich will ihn nicht ich will ihn nicht ich will ihn nicht Nummer 1, Nummer 2 ist da unten. Nummer 1, 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 Nummer Oh, bleib doch stehen, du Mistvieh. Boah, ernsthaft. Es regt so auf heute, es regt einfach auf. So, jetzt nicht. Zwei noch. Ah, ne mit. Erweiterte, fällt des schwarzen Panthers. So. So, wie ich das Spiel kenne, wird der nächste Leopard gleich um die Ecke sein. Leider. Ich höre ihn. Oh, so. Hallo? Was ist er denn? Eine Jagd-Dings-Ding-Spritze. Was brauchen wir dafür? Bärensteiniges Blatt, das Gelbe. Ah, da ist er. Oh, ich habe gerade so große Lust, die Maus durch den Monitor zu werfen. Ey, das gibt es gar nicht. Fick doch die Henne, ey. Was ist das für eine scheiß Mission? Oh. Wo sind die Viecher am verletzlichsten? Toll. Ich gucke mal, ob ich irgendwo so ein scheiß Bärensteinblatt bekomme. Vielleicht hilft mir das ein wenig. Oh, oh, das kann sein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ganz ruhig, ganz langsam. Oh, ganz ruhig, ganz gut. Ah, wunderbar. So, wir werden Steinglatt. Genau. Herstellen. Und das setzen wir auf die... Acht. Oh, fuck. Scheiße. Entschuldigung. Hm. 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 Was ist das? Wieso kann ich die nicht mit der Sniper umbringen? Warum nicht? Das sind scheiß verkackte normale Pfeile. Wie soll ich denn da bitte gegen einen antreten? Ey, leck mich doch keinen Bock mehr auf die scheiß Mission. Verkacken wir die ganze Folge an den Mist da? Ich höre gleich auf. Ist mir jetzt egal, ich will jetzt auf eine andere Art irgendwie Geld verdienen. Ich muss mir echt mal langsam mal so eine Art Schutz irgendwie holen. So, Spinner. Was haben wir hier? Das wir jetzt auch mal langsam mit der Story weitermachen. Ja, sonst scheitert die Mission halt. Ist mega. So, da haben wir noch einen Außenposten. Mann, ey, das ist doch grauenvoll. Mir fehlt einfach die Konzentration. Fertig. Oh, da haben wir noch eine Memory Card. So. Probieren wir es mal hier. Hier kann man noch jemanden umbringen. Ne, ich tue ja den Außenposten jetzt nochmal. Den Außenposten gleich noch. Da unten. Wir haben mal Wasser. Also mit diesem flachen Fluss, da hätten sie das irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Das sieht irgendwie komisch aus. So, da hinten ist es. Das Wichtigste ist eigentlich für die Sniper erstmal ein Schalldämpfer. Und ich glaube, der Bogen, der bringt nicht mehr allzu viel wie vorher. Am Anfang war der super, aber dann... Mittlerweile lässt er ein wenig nach. Ich würde echt gerne mal wissen, wie kannst du bitte ein Pleopard, weißt du, mit einem Pfeil erledigen. Also geht schon. Aber bis du den viermal getroffen hast... Ah, blöde Dingo's. Ja, ist gut. Das ist schön. So, Alarm aus. Jetzt wird hier mal gefeiktet. Fuck, da hinten ist noch ein Alarm. Oh, die Kastriertruppe. Den habe ich nicht gerafft hier. Oh, die Kastriertruppe. 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 Wir kommen von Norden. Oh, die Kastriertruppe. So calm. Die hat gesessen. Zack. Jetzt müssen wir erst mal ein ganzes großes Stück looten. Okay. So, Leiche. 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 Okay. Denken Sie da sein Ding. Okay. 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 Dafür hast du trainiert. Geh doch mal weg jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Moment. Haben wir alle. Aber es ist immer noch mehr zu tun. Wir haben ein schönes Auto. So. Da liegt auch noch einer. So. Gut. Dann haben wir alles und wir sehen uns dann. in der nächsten Folge. Dann. 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 Dann.